Die Schilddrüse, lateinlich Clandula thyroidea, ist eine Hormondrüse bei den Wirbeltieren. Sie befindet sich bei Sorgetieren am Hals, unterhalb des Kehlkopfes, vor der Luftröhre. Bei Männchen hat sie die Form eines Schmetterlings. Die Hauptfunktion der Schilddrüse besteht in der Jodspeicherung und Bildung der jodhaltigen Schilddrüsenhormone Triothyronin und Thyroxin, sowie des Peptidhormons Calcitonin. Die jodhaltigen Schilddrüsenhormone werden von den Follikelepithelzellen der Schilddrüse, den Thyriozyten, gebildet und spielen eine wichtige Rolle für den Energiestoffwechsel und das Wachstum einzelner Zellen und des Gesamtorganismus. Calcitonin wird von den Parafolikulären oder C-Zellen der Schilddrüse gebildet. Es hemmt den Knochenaufbau durch Einbau von Calcium und Phosphat in den Knochen und durch Hemmung der Osteoklasten, die im aktivierten Zustand zu einer Verminderung der Knochensubstanz führen. Die Schilddrüse ist Ausgangspunkt für zahlreiche Erkrankungen, die unter anderem zur Störung des Hormonstoffwechsels führen und eine Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse, Hypothyreose bzw. Hyperthyreose hervorrufen können. In Jodmangelgebieten kann kompensatorisch ein Kropf, in Klammern Struma oder Knoten entstehen. Anatomie und Entwicklung Menschliche Schilddrüse Die menschliche Schilddrüse besteht aus zwei Lappen, Lopus Dexter und Lopus Sinister, die durch einen schmalen Streifen, den Isthmus, verbunden sind. Dieser Isthmus befindet sich unmittelbar vor der Luftröhre unterhalb des Kehlkopfes. Die beiden Lappen der Schilddrüse lagern sich den Seitenflächen der Lüftröhre auf, umgreifen diese und sind durch Bindegewebe an sie angeheftet. Die sehr variable Form der Schilddrüse ist am ehesten mit einem H vergleichbar, wobei die unteren Anteile der Längsbalken, die Unterhörner, kurz und breit sind, die oberen Anteile, die Oberhörner, dagegen lang und schmal sind, sowie leicht auseinanderdriften. Die zwischen den Zellen der Schilddrüse befindliche Gewebsflüssigkeit, in Klammern Lymphe, fließt über Lymphgefäße in Lymphknoten ab. Dieser lymphatische Abfluss der Schilddrüse wird über ein gut ausgebildetes System von Lymphgefäßen sichergestellt. Zwischen den einzelnen Lymphgefäßen und Lymphknoten bestehen viele Verzweigungen. Die Lymphgefäße münden im Wesentlichen in die regionären Lymphknoten, die vor allem entlang der größeren Halsvene anzutreffen sind. Die Lymphe eines Seitenlappens kann über Lymphknoten, die sich vor der Luftröhre befinden, auch die nachgeschalteten Lymphknoten des anderen Schilddrüsenlappens erreichen. Dies ist für die Schilddrüsenchirurgie von Bedeutung, da auch Krebszellen sich über Lymphgefäße ausbreiten können. Hormone Die von der Schilddrüse gebildeten Hormone Triothyronin T3 und Thyroxin T4 sind von großer Bedeutung für eine regelrechte Entwicklung des neugeborenen Organismus. Auch beim Erwachsenen beeinflussen die Schilddrüsenhormone den Stoffwechsel und Funktionszustand fast aller Organe. Das ebenfalls in der Schilddrüse gebildete Calcitonin spielt eine untergeordnete Relle im Calciumstoffwechsel des Organismus. Außerhalb der Säugetiere erfüllen die Schilddrüsenhormone T3 und T4 eine Reihe weiterer wichtiger Funktionen. So induzieren sie beispielsweise bei Fröschen die Metamorphose, von der Kaulwappe zum Frosch und bei Vögeln die Mauser. Wirkung der Schilddrüsenhormone Schilddrüsenhormone wirken auf das Herz und den Kreislauf. Sie führen zu einer Erhöhung der Herzfrequenz, des Blutdrucks und einer Erweiterung von Gefäßen. Sie wirken auf den Zucker-, Fett- und Bindegewebsstoffwechsel, indem sie deren Umsatz steigern. Sie steigern die Aktivität von Schweiß- und Talgdrüsen der Haut und die Aktivität der Darmmotorik. Im Nervensystem führen sie zu einer verstärkten Erregbarkeit der Zellen. Insgesamt wird durch die Wirkung der Schilddrüsenhormone der Energiestoffwechsel und der Grundumsatz des Organismus erhöht. Folge hiervon ist ein Anstieg der Körpertemperatur. Schilddrüsenhormone regulieren das Wachstum des Neugeborenen und die Entwicklung von Zellen insbesondere des zentralen Nervensystems, Gehirn- und Rückenmark. Auf das Wachstum üben Schilddrüsenhormone ihre Wirkung über andere Hormone, wie das Wachstumshormon Somatotropin und IGF-1 aus. Im Nervensystem fördern Schilddrüsenhormone die Umscheidung, Myelinisierung von Nervenzellen. Besteht ein Mangel an Schilddrüsenhormonen in den ersten Lebensmonaten, lassen sich Veränderungen im Aufbau und in der Funktion der Gliazellen des Nervensystems nachweisen. Weiterhin beeinflussen Schilddrüsenhormone die Entwicklung, Differenzierung von Nervenzellen und vielen anderen Zellen des Organismus, indem sie auf molekulare Ebene die Expression von Genen steuern. Wird ein Schilddrüsenhormonmangel des Neugeborenen nicht erkannt und behandelt, entwickelt sich schwere neurologische Störungen, Bewegungsstörungen und Störungen der kognitiven Entwicklung. T3 und T4 vermitteln ihre Wirkung über Rezeptoren in den Zielzellen. T3 ist hierbei um ein Vielfaches wirksamer als T4. Die Schilddrüsenzellen produzieren vorwiegend T4, welches in den Zielzellen zu T3 umgewandelt, deodiert wird. Die Rezeptoren für die Schilddrüsenhormone sind hauptsächlich in den Zellkernen der Mitochondrien der Zellen lokalisiert. Es handelt sich um Proteine, die an die DNA der von ihnen regulierten Gene gebunden sind und damit die Genexplosion hemmen. Durch Bindung der Schilddrüsenhormone werden die Rezeptoren aktiviert, sodass die Genexplosion einer ganzen Reihe von Proteinen erleichtert oder erst ermöglicht wird. Untersuchungsmethoden Die Schilddrüse kann bei Menschen durch Abtasten des Halses untersucht werden. Bei Hunden gilt eine tastbare Schilddrüse bereits als vergrößert. Eine ausgeprägte Stoma ist bei Menschen sichtbar. Eine orientierende Untersuchung der Schilddrüse sollte im Prinzip von jedem Arzt vorgenommen werden können, da Schilddrüsenerkrankungen bei Menschen sehr häufig sind und Berührungspunkte mit fast allen Teilgebieten der Medizin bestehen. Besondere Erfahrung auf diesem Gebet haben in der Regel Endokrinologen und Nuklearmediziner. In der bildgebenden Diagnostik werden hauptsächlich der Ultraschall und zur weiteren Abklärung bei Knoten und Funktionsstörungen die Sintigraphie eingesetzt. Für spezielle Fragestellungen auch die Computertomographie und Kernspintomographie. Eine Feinnadelpunktion der Schilddrüse dient zur Gewinnung von Proben für die Zytologie. Eine Biopsie für Proben zur histologischen Untersuchung. Im Labor können die freien T3- und T4-Spiegel sowie der TSH- und Thyrioglobinspiegel bestimmt werden. Auch eine Bestimmung von Schilddrüsen-Autoantikörpern kann vorgenommen werden. Krankheiten Sowohl die Ursachen als auch die Erscheinungsfolgen von Erkrankungen der Schilddrüse, die auch als Thyriopathien bezeichnet werden, sind vielfältig. Es lassen sich nach häufigen tumorartigen Krankheiten, Struma, Kopf, Schilddrüsenautonomie, Entzündungen, gut- und bösartigen Neubildungen und Störungen der Organentwicklung unterscheiden. Alle Schilddrüsenerkrankheiten können zu Störungen des Hormonstoffwechsels führen. Diese Funktionsstörungen werden, abhängig von der Wirkung der Schilddrüsenhormone, auf den Organismus als Überfunktion, Hyperthyreose oder Unterfunktion, Hypothyreose, der Schilddrüse bezeichnet. Struma Als Struma, in Klammern Kropf, wird jede Vergrößerung der Schilddrüse über ihr normales Volumen hinaus bezeichnet. Solche Vergrößerungen können objektiv mithilfe einer sonographischen Untersuchung der Schilddrüse festgestellt werden. Grundsätzlich kann jeder der Schilddrüsenkrankheiten mit einer Volumenvergrößerung einhergehen. Die weitaus häufigste Ursache für eine Struma ist mit etwa 90% der ernährungsbedingte Jodmangel. Die wichtigste Maßnahme zur Prävention einer Jodmangelstruma besteht in der generellen Verwendung von jodiertem Speisesalz. Da in Jodmangelgebieten wie Österreich, Schweiz und Deutschland die Verwendung von jodiertem Speisesalz im Haushalt allein nicht ausreichend ist, müssen auch industriell hergestellte Fertignahrungsmittel jodiertes Speisesalz enthalten, um eine ausreichende Versorgung mit Jod über die Ernährung zu gewährleisten. Während in der Schweiz, in Österreich und in den USA die Jodprophylaxe der Bevölkerung gesetzlich geregelt ist, besteht in Deutschland nur eine Zulässigkeit der freiwilligen Jodprophylaxe. Schilddrüsenkrebs Die bösartigen Neubildungen der Schilddrüse, maligne Neoplasien, gehen meist von den Thyriozyten oder von den Calcitonien produzierenden C-Zellen aus. Sehr selten ist eine vom Bindegewebe ausgehende Schilddrüsenkrebs. Als einzige gesicherte Ursache für die Schilddrüsenkrebse gilt eine Strahlenexposition. Funktionsstörungen Als Über- und Unterfunktion der Schilddrüse wird eine gesteigerte oder verminderte Wirkung der Schilddrüsenhormone auf den Stoffwechsel und die Organe des Körpers bezeichnet. Da Rezeptoren für Schilddrüsenhormone überall im Organismus vorhanden sind, kann es infolge von Funktionsstörungen der Schilddrüse zu Symptomen in fast allen Organsystemen kommen. Häufig sind dabei Störungen, die das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem und die Psyche, den Magen-Darm-Trakt, sowie den allgemeinen Stoffwechsel, die Haut, die Muskel- und Skelettsystem, sowie die Sexualfunktionen betreffen. Beispielsweise kann eine Überfunktion eine Beschleunigung des Herzschlages eine unwillkürliche Gewichtsverlust, Nervosität und Zittern verursachen. Symptome einer Unterfunktion können ein verlangsamter Herzschlag, eine Gewichtszunahme, Verstopfung und ein Verlust der Libido sein. Eine Unterfunktion kann eine Depression auslösen. Bei Schwangeren kann beim Kind Kretinismus verursacht werden. Die häufigsten Ursachen einer Hyperthyreose in Klammern Überfunktion sind der Morbus Basedo, die Schilddrüsenautonomie, sowie eine erhöhte Zuführ von Schilddrüsenhormonen von außen in Form von Hormonpräparaten. Die häufigsten Ursachen einer Hypothyreose in Klammern Unterfunktion sind die Hashimoto-Tyrotodidis sowie Maßnahmen, Klammern Operationen, Radio-Jod-Therapie, Medikamente, die im Rahmen der Therapie einer Schilddrüsenerkrankung durchgeführt wurden. Sie hörten eine gekürzte Version des Artikels Schilddrüse, gesprochen am 30. September 2013 von dem Benutzer Lord Euda. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org.wiki.schilddrüse. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BYSA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.